so mein hase ich wurde jetzt mal richtig aufgeklärt dass der andere store den ich da hatte gar nicht der größte ist wie ich schon vermutet habe aber der roman mit dem ich mich getroffen habe dass der roman der war so nett jetzt hier den richtigen nike store zu zeigen und da laufen jetzt mal kurz rein darf man ja wahrscheinlich machen so wenn man gucken also der sieht schon etwas größer aus richtig also ich mag das weil sie eher so sportliche klamotten nicht so fein und so ein kram von daher das wäre für mich hier das eldorado die haben eh kein problem einheitskleidung ganz einfach mein lieder ist heute echt schön ja cool geht ja immer noch weiter So, das war er dann, glaube ich. Ja, sehr schön. Aber super Ausblick hier. Hier war ich gestern unten, hier unten, war dann hier an der Promenade, bin ich da unten rausgekommen, dann habe ich hier noch, hier unten drunter ist, glaube ich, Pizza Hut, genau, da hatte ich dann, und dann bin ich quasi da den Weg zurückgelaufen. Das ist schon 5 guys, da hast du schon 5 guys, Burger? Nee. Da müssen wir gehen. Ja, machen wir jetzt, okay. Also mein Hase.